China Collida Franco in the jungle Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet Ein noch für die Anziehung Wir sind unterwegs hier Instandhaltung des Spritzenhauses erforderlich Sehr schön aber Ist das da stolz? Können wir auch nur mehr warten, dass das Der erste Stern gibt, bevor wir weiter machen Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung Die Bumsepreise Jumbo Medical Solutions bietet ab sofort in allen Krankenhäusern eine wundervolle neue Dienstleistung an Patienten, die ans Bett gefesselt sind, können sich jetzt ihr Lieblingsessen aus jeder Ecke der Welt per Drohne einfliegen lassen Das nenne ich mal bequem Für den Betrieb des Megascanners wird ein Arzt benötigt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ein Monat Es ist das? Ja, automatisch Da habe ich keinen Einfluss darauf weil zwei leute dort was eine million cash ich glaube schweb 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 Was ist das? passt durchgekommen jeden tag stoßen pointianer an heimtückischen ecken an die ihnen lebenskraft rauben gönnen sie sich in einem orbi wellness center eine kur ohne ecken und kanten lassen sie sich von der macht der kugel erfüllen die orbi kugel ist eine runde sache die perfekte lösung mit der perfekten form so kann sich weiterlaufen normal so was ich glaube kann eine riesen dinge zerpassen ja Eine Forschungsstation, also das Forschungsviertel kann man dann sagen. Ich bin eingestellt, wenn nur Ärzte forschen können. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. 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 Ich bin ich derjenige der Aufsendung ist. Ihr hört nur zu. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Und das. Und das. Off. Und das. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Instandhaltung der Entleuchtungsklinik erforderlich. In der Psychiatrie halt viel los, also es mitscht halt hin und her. Fakturstationen liegen auch bei drei sogar, ich weiß nicht, aber 13, das geht dann eh zackig zackig. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Ja, on. Gut. Gut. Woll ich dir da helfen? Große Kampagne jetzt. Gut. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Das Jahr ist fast vorüber. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Gut. 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 Das ist noch abgeschlossen. Instandhaltung der Apotheke erforderlich. Das war's auch mit der Folge, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, macht's gut und das war's auch. Leute, wir werden beim nächsten Mal weitermachen, da haben wir eine Stern und dann schauen wir mal was uns beim dritten erwartet. Bis dann, macht's gut. Bye.